Microcard Live bietet Ihnen eine schnelle und intuitive Suche sowie Filterfunktionen, die mit den aktuellen Teiledaten verknüpft sind. Somit wird sichergestellt, dass Sie jedes Mal das richtige Teil auswählen. Sobald Sie in Microcard Live ein Fahrzeug ermittelt haben, können Sie nach Teilen suchen. Diese Suche können Sie anhand der Beschreibung ausführen. Alternativ können Sie auf diesen Drawdown-Pfeil klicken und andere Suchkriterien auswählen. Führen Sie nun eine Suche anhand der Beschreibung mit einem einzelnen Begriff durch. Geben Sie dazu Ihre Angaben im Feld Suche nach ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen. Microcard Live zeigt Ihnen nun die Ergebnisse an. Jetzt haben wir die Möglichkeit, den dynamischen Filter zu nutzen. Der Begriff Ihrer Hauptsuche lautete Sensor, jedoch wurde kein Typ angegeben. Suchen Sie beispielsweise nach einem Kühlflüssigkeits-Semperatur-Sensor. Sobald Sie mit Ihrer Eingabe beginnen, sehen Sie, dass die Ergebnisse so lange reduziert werden, bis nur noch das gewünschte Ergebnis übrig bleibt. In den Suchergebnissen werden Angaben wie die Teilenummer und die Anzahl angezeigt. Eine besondere neue Funktion in Microcard Live ist die Suche anhand von mehreren Begriffen. Geben Sie dazu wiederum Ihre Angaben im Feld Suche nach ein und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Suchen. Microcard Live zeigt Ihnen das entsprechende Ergebnis an. Des Weiteren können Sie eine PNC-Suche durchführen. Wählen Sie PNC aus und geben Sie Ihre PNC im Feld Suche nach ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen. Microcard Live zeigt Ihnen das entsprechende Ergebnis an. Eine einzigartige Funktion in Microcard Live ist die Möglichkeit, eine Suche anhand von mehreren PNCs durchzuführen. Geben Sie wiederum Ihre Angaben im Feld Suche nach ein. Trennen Sie dieses Mal jede PNC durch ein Leerzeichen. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Suchen. Microcard Live zeigt Ihnen für jede eingegebene PNC eine Teilenummer an. Sie können jederzeit eines Ihrer Suchergebnisse anzeigen. Klicken Sie dazu einfach auf das Kamerasymbol. Microcard Live zeigt Ihnen dann die entsprechende Abbildung an, wobei das von Ihnen gesuchte Teil hervorgehoben wird. Darüber hinaus wird Ihnen das Fensterteile Daten mit allen wichtigen Informationen zu diesem Teil angezeigt. Durch die Funktionen zur intuitiven Suche in Microcard Live wird Ihre Suchgenauigkeit erhöht und die Optionen für einen optionalen Einbau reduziert. Somit haben Sie mehr Zeit zur Verfügung, um Teile zu verkaufen. Schnellen sie überprüft werden.